Also bitte, jetzt gibt es ein wenig Musik, Herr Achtung, bitte. Jetzt habe ich da ganze Haufen Sachen in diesem Sack drin, was alles da rauskommt, das seht ihr gerade. Ich mache das Ganze ein wenig wie kussig, aber es hüpft ihr nicht. Sind ihr bereit? Gut, ich will euch schnell zeigen, was da alles drin ist. Noch mal ganz kurz, gell, da ist zum Beispiel ein Herzli drin, gell, so. Und dann zünder ich das Kätzli noch an und dazu noch ein Zünnhälzli. Zünnhälzli, da. Zünnhälzli, nicht ein Klub, es gibt ein wenig Feu. Ein Papierli und ein bisschen Zünnhälzli, ja. Und jetzt zündern wir das Kätzli selbstverständlich noch an, hey Achtung. Braucht es schon? Ja. Braucht es Kätzli? Ja. Ja, ja. Uiitza. Nei-jaa. Brauchte es Kätzli? Ja. Brauchte es Kätzli. Ja, ja. Das ist Kätzli. Wir sind keine Fotos. Also, jetzt nehmen wir eben ein Papierli zusammen. Und bitte, gut, dann nicht. Achtung. Fertig! Und schon haben wir 10 Euro an den Fingern, gell? Jetzt können wir natürlich noch die 10 Euro auch so nehmen. Schön zusammenlegen, dass es ja niemand sieht. Ganz magisch. Schön in die Hunde gestossen. Schön in die Hunde gestossen. Dass es ja niemand sieht. Dann lassen wir uns da wieder so ein bisschen auf. Jetzt kommen wir wieder langsam rüber nach. Aber jetzt, was du machst, ist es geil, gell? Gut, also, jetzt lasse ich die Musik anbieten mit der Hunde.